Früger, was meinst du, ist das nicht eine tolle Idee gewesen, heute einen Spaziergang im Wald zu machen? Ja, schon, aber mein blöder Bruder, der nervt ganz schön. Ja, aber er hält doch wenigstens Abstand und das ist doch schon mal nett, oder? Ja, aber guck ihn doch mal an, der macht immer Quatsch. Äh, nö, ich will den jetzt nicht angucken, oder? Guck, jetzt streckt er gerade die Zunge aus. Äh, ich hasse Spaziergang gehen, richtig nervig. Hm, hätte ja zu Hause bleiben können. Aber nein, der will immer da sein, wo wir sind. Ganz schön blöd. Kinder, hoffentlich habt ihr nicht so einen nervigen Bruder zu Hause oder eine nervige Schwester. Ihr seid richtig doof. Äh, na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht sucht er sich ja einen anderen Weg zum Spaziergang. Das ist eine gute Idee, mein Lieber. Tschüss, Kinder. Ich bin, dass du dich da in der Regel hinbekst. Ich bin, dass du noch malraum, dass du dich da in der Regel erinnert. Ich bin, dass du dich da in der Regel hinbekst.